UNTERTITELUNG Ich habe entschieden, die Philippinen zu gehen, wo ich krucifiert wurde, direkt an eine Krise zu knallen. Und dann ging natürlich alles falsch. Das Herz darf nicht kreativ schlagen, weil dann ist er tot. Das schlägt instinktiv, und das ist radikal. Nach dem September 11, kann ich nicht mehr machen. Ich habe das gut gemacht. Das war das beste Art, das habe ich immer gemacht. Ich dachte, was das überhaupt ein Nightmare war? Ich habe nie ein Nightmare so vivid. Wow, das war ein fucking Nightmare.